Ich heiße Yannick Belloni, bin 20 Jahre alt und spiele als Center bei den Red Bulls. Ja, es war damals, mit zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, zum Eislaufen einmal. Und bin eigentlich durch meine Familie zum Eishockey gekommen, weil die halt auch sehr sportfanatisch sind. Und als Kind spielt man einfach und ich habe eigentlich immer Freude gehabt am Tor schießen. Und Stürmer sein hat mir wirklich getaugt. Und deswegen bin ich jetzt Center und als Stürmer tätig. Also mir gefällt an meiner Position als Center, dass ich sowohl offensiv als auch defensiv agieren kann. Und zum Beispiel durch das Bulli-Spiel gleich einen Zweikampfgewinn für die Mannschaft auserholen kann. Also natürlich gibt es viele und ich muss sagen, jeder etablierte Spieler. Von dem kann man sich was abschauen. Also die individuellen Stärken, wie sich der verhält. Und dabei kann man das gleich versuchen, sich das bei sich selber umzusetzen und dabei was zu lernen. Ob es jetzt Off-Eis oder On-Eis ist. In Bezug auf Raphael Herborger eben, da kann ich mir viel abschauen. Ob es das Bulli-Spiel ist oder Skating-Technik. Das ist wirklich ein kompakter Spieler, der viel Erfahrung mit sich bringt. Und da kann man sich wirklich einiges abschauen. Also mein nächstes Ziel ist sicher, dass ich mich in der Mannschaft etablier und so viel Eiszeit wie möglich bekomme in der nächsten Saison. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.